Das gibt es gerade tatsächlich. Donauwellen. Da sieht man das. Jetzt wissen wir, woher der Begriff kommt. Donauwelle. Hier sind die Wellen. Und die Sonne ist wieder bei mir. Donauwellen. Hey, Schwan, komm her und nimm mich mit. Angriff, Angriff eines Schwanes. Wann kommt Giovanni de Lorenzo endlich? Früher nannte man auch die Bänker Haie. Dann fängt er mit Fisch an. Und es gibt Ritzle von Osam Bin Laden, weil die Hand von Michael Jackson zerkritzelt war. Schwan kommt näher, näher. Hey, Caesar. Ist der goldig? Ich hab gar nichts dabei. Das ist aber nicht mehr der Schöne. Der Schöne, wie sie es immer parallel zum Fernseher machen.